ja meine liebe freunde herzlich willkommen zurück hier zu der saboteur so bryman will mit uns sprechen ist auch glaube ich der einzige den wir überhaupt noch haben auf der karte als questgeber oder missionsgeber so ein bisschen raus aber ich glaube wir haben sonst nichts mehr nebenaufgaben oder so nichts mehr nur ihn dann fragen wir mal was er für uns hat devlin sie sehen erschöpft aus mein freund ich glaube sie brauchen etwas ruhe veronique ist da draußen irgendwo in der stadt ich werde sie finden ich werde nicht drohen solange diese teufel sie haben ja ich glaube ihnen ihre vielleicht kann ich helfen ich höre wir zapfen den privaten telefon dienst der deutschen an wenn man das richtig macht merken sie es nicht und dann dann warten wir und hören zu veroniques verhaftung macht sicher die runde was muss ich tun im moment braut sich über paris ein sturm zusammen wenn er losbricht werden sie in einigen telefon anschlussdosen wanzen deponieren die interferenzen die der sturm verursacht werden unsere spuren verwischen das wird ein gefährlicher ausflug aufs dach geben sie mir die wanzen den rest erledige ich sie müssen die wanzen deponieren bevor der sturm aufhört ja ich beeile mich passen sie auf da oben devlin ich spitze die ohren wenn ich was höre schicke ich ihnen eine nachricht so ein sturm über frankreich so für das erste radio kreis weit weg können wir das fußläufig erreichen oder er ist schon so ein bisschen komm 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 mal hinlaufen kommen wir sind noch jung gut zu fuß ist das hier was machst du denn da ich hab das wohl gesehen ich brauche kein auto auto ist langsamer zu fuß scheinbar ich schnapp mir doch ein auto der steht hier so rum so sieben manzen soll ich platzieren hier ist die erste wo irgendwo da oben so kommen wir hier vorne können wir hoch ich gleich mal genau hingucken wie viel gegen wir hier wir haben nicht während verdammtes wunder wenn mich hier oben kein blitz erschlägt die alte frau ist immer noch an dem schreibtisch gefesselt die alte frau ist immer noch an dem schreibtisch gefesselt Ich muss die Pisse wegwischen. Funk-Greppe nutzen. So, nächste Wanze. Irgendwo da unten. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir jetzt einer von unseren... ...Schallgedämpften... ...Knacken hätten. Das wäre hoffentlich nicht gesehen. Die Scheiß-Telefonleitung ist gestört. Französischer Pfusch. Ich schieße nicht... Das ist jetzt doof gelaufen. So, da haben wir das nächste hinten. Kommen wir da am besten ran. Und da. Das war großartig. Die Zeit ist zu kurz, glaube ich. Mal aufmachen und... ...köstliches Abendessen. So, das ist doch einer. Die Scheiß-Telefonleitung ist gestört. Französischer Pfusch. So, wir schießen hier noch auf mich. Ich muss hier irgendwie unterherkommen. Ah, hier. Das ist so eine kleine Wäsche. Da hat mich voll behindert, ne? Das war eine verdammte Kugel. Was? ...Kanzi-Papiere sind an allen Kontrollpunkten Pflicht. Personen ohne gültige Papiere werden verhaftet. Scheiße, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich bring ihn um. Und dann hat die Mo die eine aufs Maul gegeben. Das war uhr komisch. Seine Oberlin besser aus wie eine Blutwurst. Wo ist das nächste? Da unten. Und dann hat die Mo die eine aufs Maul gegeben. Das war uhr komisch. Seine Oberlin besser aus wie eine Blutwurst. Was war jetzt passiert? Okay, das lassen wir wohl lieber. Scheiße. Scheiße, wir sind auch noch hinten. Okay, wir können das Ganze noch mal probieren. Diesmal vielleicht ohne gesehen zu werden. Die Emotionen habe ich noch. 150. Ich meine, wir hätten es ja fast geschafft. Ich habe nur ein bisschen getrödelt. Mist, wäre ein verdammtes Wunder, wenn mich hier oben kein Blitz erschlägt. Ziegler hat immer Zigaretten. Frag ihn. Ziegler hat immer Zigaretten. Das macht Spaß, aber die Hände brennen. Das Gefragungszimmer ist belegt. Die alte Frau ist immer noch an dem Schreibtisch gefesselt. Muss die Pisse wegwischen. So, und den auch? Ist man da hinten rüber? Das war's. Das war's. So, erst mal verkleiden. Das nächste haben wir da oben. Kommandant Dierker bittet die Bevölkerung, diese zu sparen. Das ist knapp, gibts nur beim Hufeisen werfen. Fragungszimmer ist belegt. Die alte Frau ist immer noch an dem Schreibtisch gefilmt. So, da unten haben wir bei ihm was. Siegler hat immer Zigaretten, frag ihn. So, es ist von direkt da. So, jetzt müssen wir nur da runter. Das wäre vielleicht auch das Schwerste. So. Scheiße, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Komm, wir gehen jetzt. Komm mal, was halt so. Und dann hat dem Rudi einer aufs Maul gegeben. Das war wohl komisch. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir hier weg. Seine Oberlippe sah aus wie eine Blutwurst. Oh, zwei Schuss haben wir dafür. So, oben haben wir irgendwo was, wo wir uns wieder reinwaschen können. So, das haben wir ja lediglich. Wobei, an der anderen Seite. Oh, Gott. Wo kann ich jetzt hier rein? Ja. Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Ja. So. Halt, erstens, ich habe die neblich kaputt, die will ich kaputt machen. Oh, Gott. Oh, Gott. Geh, 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 Geh. Da komm ich gar nicht hin. Da. Oh, down. So, zurück zu Buaman. Ich weiß gar nicht, wie er wieder weg ist. Dann müssen wir hier irgendwie runter. Tja, das Leben als Boote kann verdammt hart sein. Bin ich dem Boot auf den Kopf gesprungen? Bin ich dem Boot auf den Kopf gesprungen? Schöne Scherpe-Pole. Hahaha. Rede, oder ich werde ungewöhnlich. Mach die Aufzug. Bald ist es vorbei. Ja, nächster Sport. Okay, ab mit dir. Dyralex, ist der Lex? No. So, was hat sie beim Buaman denn? Schauen Sie genau zu. Ich habe die nötigen Informationen und mehr als das. Kommen Sie zu mir. Reden Sie mit niemandem. Vertrauen Sie niemandem. Buaman. Ja. Ja. Schnell weg hier aus dem Gefahrenbereich. Vielleicht kommen bestimmt Nazi-Bullen. Wohin so schnell? Melden Sie subversive Personen umgehend im nächsten Parteibüro. Ach, ich glaube, mir doch ein Auto. Hier, stehen bleiben. Was ist hier komisch? Ich muss Ihre Papiere überprüfen. Okay, geht leider nicht. Kommen wir vielleicht nicht hin. Das ist vielleicht ein Spezialanwesen oder so. Da können wir vielleicht irgendwie rüberfahren oder so. Zone 1, da müssen Sie auch reinkommen. So, hier in diesem Gebäude ist er. Wir haben einen Innenhof. Wollte ich gar nicht. Woh! Wir bauen solche Gebäude, wo man eigentlich gar nicht reinkommt. Wo bist du denn? Warum muss es immer ein Abwasserkanal sein? Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Tja. Devin, sind Sie sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Den Fehler mache ich nicht nur mal. Die Razzia in Lavillette war nicht Ihr Fehler, Sean. Jemand hat den Deutschen verraten, dass Kessler in diesem Schlachthaus war. Jemand aus dem inneren Kreis des Widerstands. Ein verdammter Verräter. Ich hätte es wissen müssen. Da ist noch mehr. Ich habe Veronique gefunden. Veronique? Wo? Die Deutschen benutzen den Justizpalast als Internierungslager für politische Gefangene. Sie... Na los, reden Sie, Josef. Sie wurde zum Tode verurteilt. Gott. Wie viel Zeit haben wir? Wir müssen sofort los. Die Sicherheitssysteme vom Gefängnis sind undurchdringlich. Aber vielleicht geht von oben was. Worauf wollen Sie hinaus? Vor der Kanalisation gibt es eine Tankstation für Zeppeline. Wenn Sie dort reinkommen, besorge ich Ihnen ein Transportmittel. Ein Zeppelin? Was haben Sie denn geraucht, Josef? Das ist die einzige Chance. Auf dem Dach der Tankstation steht ein Funkturm. Melden Sie sich, wenn Sie dort sind. Geil, Zeppelin fliegen. So, erstmal wieder. Hier hoch. Äh, wo ist denn? Erstmal brauche ich neue Knarren und sowas. So, ich gucke mir mal eben die Karte an. Ich würde mal gerne vorher mal... Okay, da muss ich auf jeden Fall hin. Ich bin also gar nicht allzu weit weg. Ich könnte aber hier mal eben einen Abstecher hinmachen. Hey, auch zu Fuß durch? Wo wollen Sie hin? Papiere. Haben Sie Reisepapiere? Herzeigen. Sofort stehen bleiben. Papiere. Okay, dann mal los. Bin ich auch richtig jetzt hier? Kaboom. So, ich klau mir jetzt hier dieses Auto hier. So, ich muss also geradeaus noch mal durch. Ich bin vor einer halben Minute hier durchgekommen. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Vielen Dank, Sie dürfen passieren. Wurde aber auch Zeit. Wie fühlt der mich denn? Die Platzhosen stehen auf Holperschmerzen. So, gleich sind wir da. Ich glaube, eins mit diesen Autos draußen ist auch schöner. So, Granaten machen wir voll. Dynamit machen wir voll. RDX machen wir voll. Krügerpistole, Schallgedämpfte, Pistole. Die tauschen wir gegen Panzerschreck. Und ich weiß mal, weil die Schallgedämpfte... Genau. Beide noch Munition. Weitschütze. Und so, was? Weitschütze. Granaten-Sprengbereich haben wir alles gemacht. Eine Karte kaufen. Die Karten haben wir uns auch alle gegönnt. So, jetzt machen wir das eigentliche Ziel. So, halbe Stunde spielen wir schon. Sonst geht es wieder gleich in den dunklen Bereich da hinten. So, aber ein Auto habe ich nicht gesehen. So, schwarz-weiß. So, schwarz-weiß. Naziland. Hallo, ich bin's wieder. Beide schon zweimal hier. Habt ihr Reisepapiere? Habt ihr Reisepapiere? Wir zeigen. Am Ort stehen bleiben. Papiere. Tag, die Herren. Hey, wie kommt ihr da hin? Kann er schwimmen? Kann er schwimmen? Okay. Schwimmen kann er? Okay. Schwimmen kann er? Hannes. Oh, min. Scheiße. So, hier kommen wir vielleicht hoch. Noch nicht. Irgendwo willst du noch so einen Bereich mit der Leiter gehen, da vorne. Breiman sagte, der Funkturm wäre ganz oben. Na toll. Jetzt geht's rund. Okay, die Minden können explodieren. Okay, ich muss hier wahrscheinlich durch. Okay. 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 Okay, geht's nach oben. Hm? Du bist erledigt, Kleiner! Okay. Weißt du, irgendwelche Wagen? Haben wir die jetzt erledigt, hoffe ich. Okay. 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 Wollen wir das Geschütz voll bedienen können? Okay. 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 Okay, da ist ein schönes Sound zwischen. Komm her! Okay, man kann ja nicht durchschießen. Ich steig mal wieder aus, oder? Okay, das bringt alle nichts. So, hier geht's weiter. Drücken? Was? Zum Nutz? Achso. Funkgebäude. Das ist ein bisschen wie bei ihm in allem. Joseph, hören Sie mich. Bin in Position. Gute Arbeit. Ich habe über den deutschen Kommandokanal falsche Befehle erteilt. Ein Zeppelin wurde zu Ihrer Position umgeleitet. Was ist der Plan? Sie müssen sich auf das Luftschirm schleichen. Es bringt Sie direkt über das Gefängnis. Ihre Krankenpläne bringen mich irgendwann nochmal um. Ist Ihnen das klar? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Aber das ist nicht zu ändern. Dann rufen Sie mich zurück, wenn Sie können. Untertitelung. BR 2018